Die Merkel-Koalition hält am alten Wachstumsbild fest. Doch Wachstum ist nicht das Maß aller Dinge. Die Braunkohleförderung zum Beispiel verursacht immense externe Kosten. Tiefe Furchen im Erdreich und rostige Flüsse bleiben zurück. Raubbau wurde uns zu lange als Wachstumserfolg verkauft. Wir brauchen einen 9-Grad-Messer für Wohlstand und Lebensqualität. Dafür setze ich mich ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017